Eine solche Führungsposition kann durchaus sein der GmbH-Geschäftsführer. Der GmbH-Geschäftsführer verdient in vielen Fällen recht gutes Geld. Sechsstellig, plus Firmenwagen und so weiter und so weiter. GmbH-Geschäftsführer verdienen durchaus gut. Ich will nicht sagen überall in allen Branchen, aber durchaus wird das recht gut bezahlt. Machen wir uns eines immer klar. Ein Teil dieses Geldes ist Risikoprämie. Ein Teil dieses Geldes ist Risikoprämie. Und zwar aus mehreren Gründen. Der Mensch, der wahrscheinlich in Deutschland am schnellsten gefeuert werden kann, um das mal so platt zu sagen, ist der GmbH-Geschäftsführer. Das geht ganz schnell. Einen GmbH-Geschäftsführer werden Sie ganz schnell wieder los. Und zweitens, der GmbH-Geschäftsführer kann in eine private Haftungssituation kommen. Und darauf will ich Sie nur kurz hinweisen, ohne dass wir das jetzt hier zum eigentlichen Thema machen müssen. Der GmbH-Geschäftsführer haftet für die Steuern und Sozialabgaben der Gesellschaft, deren Geschäftsführer er ist. Er haftet und zwar mit seinem Privatform. Das heißt, wenn Sie Geschäftsführer einer GmbH sind, dann kann es passieren, wenn die GmbH in Liquiditätsschwierigkeiten kommt und Sie Steuern und Sozialabgaben, Sozialabgaben bedeutet für die Angestellten, Sie wissen, wenn Sie das nicht bezahlen, dass Sie in ein privates Haftungsproblem kommen können. Steuern und Sozialabgaben. Umsatzsteuer, Körperschaftssteuer. Ja, die GmbH zahlt Körperschaftssteuer, die GmbH muss Umsatzsteuer in aller Regel abführen, also für diese Steuern. Ich habe Ihnen hier Gewerbesteuer, GmbH zahlt Gewerbesteuer, genau. Ich habe Ihnen hier einen Literaturhinweis mit eingebaut, für den Fall. Für den Fall, dass Sie demnächst da in diese Situation kommen, sollten Sie ohne neurotisch zu werden. Ich will nicht, dass Sie irgendwie neurotisch werden und an jeder Stelle Haftungsprobleme vermuten. Aber man sollte das schon wissen als GmbH-Geschäftsführer. Ein Teil des durchaus vielen Geldes, das Sie, ich wünsche es Ihnen, dass Sie bekommen, wenn das für Sie ein Ziel ist, ist Risikoprämie. Machen Sie sich das immer klar. GmbH-Geschäftsführer ist ein Schleudersitz. Es gibt sogar Leute, die sagen, du bist mit einem Bein im Gefängnis. Das wäre sicher übertrieben, aber man sollte das schon wissen.